Oh, das gibt's doch nicht. Ich fang grad an, es fängt an zu pissen. Das ist echt, das ist echt. Hallo, hallo, willkommen zum Pissland. Das ist, das ist was. Es regnet. Und ich will euch euch zeigen, da ist Krokodil, ziemlich großes, Fasolosuchus. Aber den wollen wir uns nicht zeigen, weil, äh, wollte ich nicht zeigen, weil der ist uninteressant. Das ist nämlich ein 28er, wir gehen mal weiter nach... Der kann euch auch abmounten. Es gibt nämlich da ein Alpharex, Level 36. Der ist aber auch uninteressant, weil es gibt nämlich noch den hier, den Alpha Fasolosuchus 112. Ja, der Fasolosuchus, wenn er wie die normalen sind, kann er euch abmounten. Alter Schwede, der ist riesig und der ist fucking böse. Mach mal ein Foto, Dex, ich will die auch sehen. Das brauchst du bei Dex nicht zweimal sagen. Ich hab ein paar Fotos gemacht, aber es bringt nichts. Ich bin ja nicht so nah dran. Ich kann ja mit dem Vorfernglas zwar einen halben Kopf... Aber das ist ja... Passt ja nicht auf den Kreis rein. Dex, ich hab einen Baff. Der, du mit der machen... Ich hol den Rex ran. Ich schieß den Rex ran. Okay, ich hol den Rex und Dex. Warte. Keine Munition mehr. Ich hab auch keine Munition für... Ich schieße die ganze Zeit mit den Tarts auf den... Warte, ich hab Munition. Das hat sich grad bewegt. Das ist echt der Witz nur. Oh, 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 oh. Stone, lauf! Stone, lauf! Stone, lauf! Stone, lauf! Was hast du gemacht? Hast du den angeschossen? Nein. Lauf, lauf, lauf! Der Rex ist zwar hinter die... Ich glaub, das ist... Die sind zusammen. Ach du scheiße, du hast alle hinter dir her. Du hast alle hinter dir her, Stone ist tot. Ich bin tot. Du bist sowas von fucking tot. Lauf ins Wasser. Mit dem Krokodil am Arsch? Ja. Ich wusste nicht, ob das Krokodil auch hinterherkommt, wenn ich ehrlich bin. Das weiß ich auch nicht. Ich schätze einfach nur mal. Er hat mich abmontet. Ja, also kann der Alpha das auch. Ist das dein Tier schon tot? Nee, ist ja noch nicht. Soll ich kämpfen kommen? Nein. Ich bin gleich tot. Ich hab grad ins Wasser abgehauen. Was hast du getan? Er hat den Rex getroffen nur. Oh, du bist sowas von... Du bist sowas von am Arsch, der Krokodil ist ins Wasser. Du bist sowas von tot, Junge. Ich baue hier ein Bett auf. Du hast das Bett gehabt, ne? Ja. Ich geh da ganz sicher nicht zu dir hin. Warte, ich baue dir ganz kurz ein Bett. Oh mein Gott. Alter. 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 ich habe BUFF gehabt und habe trotzdem 35 Schaden bekommen. Wie viel? 45 bis 40 Schaden. Ja okay, dann musst du mal belegen, was er dann normal als Output macht. Achso, dein einziges Winterung-Dings. Ich wollte gerade sagen F machen, aber nein, ich haue sie jetzt Tode. Ich komme, ich habe die jetzt gleiche. Gleich ist es fertig, Sekunde. Ich bin schon da. Wo bist du denn da hingestellt? Gab es ein Bett? Nee, nee, war doch die Zehnfahrt. Ach, da war ein Bett. Wir haben doch eine Zähnfahrt da gehabt. Okay, ich mache gerade ein Bett. Naja, okay. Kackfisch. Boah, das brauche ich eh. Also ich könnte die wegziehen. Aber ihr könntet ihm mal einen Wolf zähmen, weil wir brauchen keinen Satz. Nicht zu mir, Mann, geh weg von mir. Boah, 227 Schaden hat der bei dir gemacht. Vielleicht sogar noch ein Nehmeffekt. Irgendwie ist der ziemlich aggressiv. Also aggressiv heißt, der ist, der ist, der fippt voll aus. Der macht alles. Aber 100, 12, den kriegst du doch niemals tot, ey. Ne, weil da, Bruder, da muss ich los. Doch, also den kriegt man tot. Man braucht nur genug Tiere. Und die richtigen Tiere. Also, der, 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 der ist. Also, ein Megaterium, was knappe 200 war, mit 5000 Leben über 300 Damage plus Waffe. Ja, aber du hast nicht so viel Leben. Du musst aber bedenken, es war ein Motter hier. Ja, 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 ja. Trotzdem, das ist schon, äh, ein Megaterium sollte mich unterschätzen. Das ist schon heftig. Aber ich überleg, wenn du da jetzt noch zwei, drei stark große Fleischfresser, wie zum Beispiel Tarbus oder so, da auch noch nichts zunimmst. Oder Kakaradontos. Ne, die Kakaradontos sind im Vergleich zu den Tarbus ziemlich große. Aber ich geh mal ein bisschen näher ran. Oh, ich muss, Dex, du musst nur mein Bett in hier bauen. Ja, Sekunde, ich muss aber jetzt grad, ich versuch grad mal. Wuhu! Ich versuch mal ein Foto von dem zu machen. Der frisst nämlich grad irgendwas. Ja, ich kann mal ein Foto während, weil, weil ich glaube. Ich versuch's, versuch's. Und da, was ist hier auch eine Zehnfalle? Überall zehn fallen. Ich versuch's. Ach heute. Bitte entschuldigt. Wuhu! Das kommt immer, das kommt immer so ganz plötzlich. Ja, das, 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 das. Ich erschreck mich auch nicht mit Vorwarnung. Wow. Was denn? Wirklich, dein Ernst? Boah, ich steh so neben dem. Also nicht, ich steh neben mir, das ist ganz normal, aber ich bin so nah dran, der frisst am, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob der hinter mir her ist, aber keine Ahnung. Willst du es nicht rausfinden? Ne, so. Oh, der hat sich ganz, ganz komisch bewegt. Ich habe gerade den Shop bekommen. Okay, soll ich das Bett bauen? Ja, ich mache gerade den normalen fertig. Hä? Ich soll das Bett bauen? Warum bist du auch wieder da? Ja. Ja, aber ich sterbe hier im Wasser. Weil ich haue den... Ich püste gerade den anderen. Du haust den Lukas. Ja. Mit vier Schaden. Also, morgen bin ich fertig und ist er tot. Okay, steht Bett. Er kriegt mich nicht. Er dreht sich die ganze Zeit nur um mich rum. Ich sterbe nicht, Dex. Wendekreis. Wo ist er denn? Dann komme ich dir, kannst du uns helfen. Ich habe, wo ich meine Base gebaut habe. Meine Wasser Base. Ach so. Oh Gott, ey. Dann solltest du den sehen. Es wird gerade dunkel oder was? An der Küste genau, Dex. Ja, ich komme. Der war gerade. Kein Problem. Linke. Soll ich. Ich habe es gerade überlebt. Ich habe es gerade aufgetaucht. Er dreht sich um mich rum. Er kriegt mich nicht. Jetzt hat er nicht gekriegt. Er ist ertrunken, glaube ich. So, Bett steht. Danke, Dex. Hast du denn deine Sachen jetzt wieder? Nein, noch nicht. Ich bin ja einfach nur dahin spawrend. Ich konnte ja nicht. Also, den Sack aus Sukos, den könnte ich jetzt killen. Meinst du, der ist nicht stark, ne? Dann könnte ich einfach so wegkillen. Ich habe mich gemountet. Er hat sich gemountet? Abgemountet. Ja, die Fasern besuchen, können abmauten. Aber mein, 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 mein Töder Koleo macht den jetzt gerade kalt. Ich stelle mir so, 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 Alpha, Alpha links vor, das Badex auf dem Apo sitzt. Fress ihn auf. Fress ihn auf. Fress ihn auf. Sehr geil. Alles durch den TS ausgelöst. Ja, ja, ja. Aber so lustig ist, wie er, wie er einen abmautet, der, der gibt den Kopf Stoß und schießt, er hat mich jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, über 50 Meter ins Wasser geschossen. Also, ich war Richtung Meer und dann hat er mich einfach weggeschossen ins Meer. Poing. Ja. Aber kein Problem, weil mein Töder Kollege hat ihn genascht. Nice. Nektar. Oh Gott. Hast du alles? Na los, kipp um. Ja, auf kurz mit der Tasche auch rum. Wie krieg ich, wie kommen wir denn jetzt von hier aus wieder weg? Mhm. Mit dir. Denk dir mit dem Wolf. Wölfe kann man doch ohne Dicks reiten. Mensch Kim, hast du währenddessen immer noch nicht drei Tiere gezählt? Was ist denn da los? Ach Kim, einmal vertraut man dir, dass du was machst und dann... Man erkennt dich ja gar nicht mehr wieder. Meine Güte. Schlimm mit der. Kannst du vielleicht auch von meinem Schwanz? Wenn ich... Also, von meinem Tier. Ich guck mal, ob ich auf deinen Schwanz komme. Ja, das ist ein Riesenbrecher, ne? Oh, Hölle. Nein, passt nicht. Da ist du rein. Besser. Da rutsch ich mal ab. Da ist so glitschig. Da ist es. Ab und zu ist er mal glitschig. Da kann man nix machen. Kümchen, was zum Henker, warum reagierst du denn da noch so drauf? Ich weiß es auch nicht. Hier, geh mal ganz kurz. Stone, zieh nochmal ganz kurz aus. Was? Kannst du mir abschlecken? Ja, komm. Zieh mal aus. Tu alles bei mir rein. Jetzt geh mal ganz, ganz nach ran. Kannst du ein paar Fotos machen. Weil der Roma, was der macht, kannst du ganz nach ran. Okay. Kannst du mehr Sachen nach Hause bringen? Wie nach Hause. Verkaufe ich. Verkaufe ich beim nächsten Marokkaner jetzt hier um die Ecke. Und er liegt. Okay. Tschüss. Bye bye der Stone. Ich hab mir den Sattel mitgenommen. Sattel weg und abhau uns. Aber hau den bitte nicht, dass er wach wird. Nee, Dex, ich hätte den dann zu dir gelockt. Sattel wegnehmen und zu dir gelocken. Der brennt ja regelmäßig. Der brennt. Der hat Feuer unterm Hintern, ganz ehrlich. Also Dex, wenn er losläuft, dann nicht zu dir war das, oder? Der wird angegriffen, Dex, von Dillo. Was? Ich stehe nicht Dillo nicht da unten. Ehrlich? Ja. Er ist unter ihn. Wahrscheinlich, weil er nicht rankommt. Wahrscheinlich, ja. Wendekreis und so. Ich geh nochmal nach. Er ist da unter ihn. Das ist der Dillo. Ich geh nochmal nach. Oh nein. Jetzt kann ich kein Foto mehr machen. Jetzt kann... Ah, gekillt. Ich bist die, Dex. Ja, ich kann nicht, ich kann nicht. Oh Gott. Er hat ihn killt. 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 Oh Gott. Er hat ihn killt. 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 Ja, ich bleib hier meine Weile sitzen. Was zählst du denn? Diesen Feuerwolf. Mein Feuerwolf ist an einen stärkeren Feuerwolf verloren gegangen. Nein, ich will noch mal wissen, wie das Vieh heißt. Antihosaurus. Willst du dir jetzt wirklich die ganze Town? Du machst viel Schaden. Der hat ja mindestens 36.000 Leben oder so. Außer Siberia-Kribbel ist halt Matten das, was er am meisten will. Dex, kannst du dir meine Schatten vorbeibringen. Ja, nee. Kim, ich komme zu dir. Wir holen den Storm nachher nach 30. Die Folgen wieder ab. Aber wenn es Storm es schafft, den Tod zu boxen, dann ist es ja. Also ich hätte dich dagegen verdient, wenn ich mich bitte mal vorbeibringen. Ehrlich gesagt, nicht dem. Ich brauche was zu essen. Warte, hier ist ein Busch. Warte mal, bleib mal stehen. Ich muss ein Busch enden unter den Kopf. Danke. Du kannst bis weiter vorne gehen, lass noch ein Busch. Okay. Komm, ein kurz. Hoffentlich kommt der jetzt nicht nachher. Ich habe gerade abgemounted. Vielleicht steht er hinter, Dex. Ja, man weiß nicht, wo der... Wobei mir einfällt, Dex, die Lein. Hast du denn das Bett in der Nähe irgendwie? Ja. Ja, ich habe ein paar Betten gemacht. Also ein bisschen ein Bett gemacht, habe noch ein anderes Bett dabei. Du müsstest gleich mal ganz kurz traveln. Vielleicht, eventuell. Aber da muss der Storm ganz ehrlich in der Nähe sein. Ich kann jetzt nicht hier so gemütlich traveln, meine abenteuerliche Kollegen hier stehen lassen. Ich muss gerade mit Archie vorbeifliegen. Ich muss das aber auch eventuell gleich nochmal raus, ähm, weil... Ich... Also gleich nochmal nach Hause traveln, weil wegen... Ja, im Printen. Oh Gott, das schaue ich nicht mehr. Oh Gott. Du kannst ja aufheben. Ein Ei. Ein Ei. Golden Ei. Ne, ja, blöd. Wie heißt denn das Bett, was du mitgenommen hast, Stone? Das steckt dann in... Keine Ahnung, was siehst du, das ist so... Prime oder Hummel. Prime oder Hummel. Okay, ich habe Prime. Also, äh, normales, ne? Der hat mich. Unterweg, Dex. Ich bin schon bei Redwood. Wie heißt denn das Bett? Ach, ist das... Ne. Sarko Sleeping Bag ist das, ne? Genau. Okay. Pfost, du Sau. Ich sehe aber, der ist halt nur Lootstrahlen, so dunkel ist es. War voll cool aus. Vor allen Dingen mische ich jetzt gerade meine ganzen Klamotten mit deinen Klamotten. Das wird was. Ähm, schnell reisen. Ähm, oh Gott, wo muss ich denn jetzt hier hin? Der Deck, warte doch. Erstmal muss ich da zu dir kommen, nicht, dass du gleich da... Alles gut, der wird das schon schaffen. Ich weiß nicht, bist du auch so ein Adlerhorst drauf, Dex? Ne, da gab es so eine Zähnpalle. Ne, ne, von dem kleinen See, wo die Fisch drin sind. Oh, kritisch. Warum? Wo war Akuma? Ach, Akuma war ja bei mir. Genau, Akuma zu hochthaus, nimm gleich das Bett. Ja, okay. Also, ich glaube, wir hatten da eine Zähnpalle. Okay, hier bin ich. Wo bist du? Ach, da. Okay. Freizehn kann so. Hoffentlich gibt es jetzt zwei Zähne. Ne, zwei. Nein! Nimm du. Level? Eine 14, nicht schlecht. Das ist natürlich ein Mädchen. Ich hasse mein Leben. Was ist los? Wolltest du das Mädchen haben? Ja, ich war die ganze Zeit auf Mädchen. Ja, ich hasse mein Leben. Bleib dir jetzt hier. Ja, und wenn sie erwachsen ist, dann, äh, ja, wird sie erst mal von ihrem Vater sein. Wo bin ich denn jetzt gespawnt? Ach, hier in dem Ding? Ja. Okay. Äh, äh, da. Ich glaube, das ist das, ne? Gleich Spawner bei mir. Das müsste hier vorbei, hier. Doch, das ist richtig. Ich glaube schon. Ich habe einen Kairiku. Jetzt bin ich schon beim zweiten Tier, das gerade gesähmt ist. Oh ne, bin falsch. Fast. Noch ein paar Meter weiter muss ich. Wo wäre das denn? Hä? Wo ein Binturank sie nicht zähmen kann. Bin bei 15%. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Warum ist ein... Warum kann ich nicht in den Bett da hinten spawnen? Hast du sie weggenommen, Stone? Nein, weil das Bett vielleicht durchdachende Cooldown hat. Was hat die verloren? Cooldown durch Scrabble. Weißt du? Ja. Kann sein, ja. Das ist doof. Ich laufe jetzt gerade im Dunkeln, Leute. Es tut mir so leid, dass ihr nichts seht. Aber ihr müsst da durch. Kriegt man fürs Bett-Traveln, hat man da Hunger immer. Kommt mir so vor. Du hast halt Bett-Spot gemacht. Komm gleich mit nem Binturank bei dir vorbei. Bei mir? Bei dem Osterhassen, ja klar. Juhu. Weißt du was, wo ich bin? Na, Adler aus deiner Nähe, denk ich mal. Brauchst du nicht. Ich komm da hin. Ich hab ja mein Binturank noch dabei. Ich bin... Naja, geht so. Ja gut, dann kann es Dex aufmachen. 23.15. Ich weiß, wo du bist. Hier ist ein roter Strahl, der gerade runterkommt. Oh, wo bist du, Dex? Ich bin... Du fliegst gerade über mir, genau über mir. Ich bin gerade beim... Oh. Er hat mich, glaube ich, gesehen. In 3, 2, 1. Ich kann dich ja einsammeln. Aber Dex, hattest du den Binturank auf der Schulter? Nee, ne? Nee, ja, der hat mich ja beim Bett-Traveln einfach da liegen lassen. Ähm, Storm machst du mal da... Kannst du mal da... Ja. Bett auf und ab. Ach, das war wirklich falsch geklickt. Und das... Ich hab's gefunden. Das ist das Richtige. Da müsste ich jetzt eigentlich neben mir stehen. Ach, guck mal, da bist du. Hallo. Wo ist denn mein Binturank? Da. Ich weiß aber nichts raus. Kein Müll. Müll behalte ich immer. Da unten sind die Pinguin-Inseln. Pinguin-Islands. Pinguin-Islands. Eigentlich auch eine ganz schöne Aussicht von hier. Ein bisschen, vielleicht habe ich das gar nicht gestapelt mit dir. Warte. Vielleicht. Das war's. Und die Blumen haben wir auch gestapelt. Warte. Ganz bald. Ja. Ist gut, was drin. Das finde ich ja gut, wie wir die Yu-Yus so finden und Sam. Finde ich ganz... Ja. Ja, effektiv, ne? Ja, es ist einfach super, wie wir das so... Ah, ich habe, glaube ich, auch deine Waffe weggenommen, ne? Ja. Ja. Beim Shotgun. Hast du die 145er gehabt oder 154er gehabt? Weiß mal, da rein, dann kann ich dir sagen. Die sind beide gleich, Mann. Eins. Zwei. Nicht so viel damit geschossen. Das heißt, da ist mir sie kaputt gewesen. Ja. Ich tu mal hier das rein, das rein, das raus. Ach, das wollen wir noch eins. Das rein. Was? Die Perlen? Ja, habe ich doch mit dem Monatär oder in Therapie gefahren. Geh mal her, die Perlen habe ich gerade gesammelt. Und wir ändern die Hälfte. Die Perlen habe ich gerade hier unten am Start gesammelt. Ich weiß aber nicht, wie viele es waren, aber die Perlen habe ich gesammelt. Mein Freund. Ach, hier, warte. Guck mal, da rein. Das ist noch von dir? Ja, stimmt. Dann? Eine Fackel. Blaue. Ah, das war deine? Und wie viele Darts? Ich glaube, ich gebe dir mal die Hälfte deiner Darts zurück, glaube ich. Die Hälfte deiner Darts. Dex hatte fünf bei. Nein, ich habe 250er-Stack in den Inventar. Achso, okay. Dann habe ich dann doch alle, okay? Dann war es das, glaube ich. Ja. Ich gehe bauen bis hier. Ich gebe ganz kurz noch ein paar, ähm, warte, ich sammle nur mal ganz kurz die paar Perlen. Ich muss gucken, wie viele Perlen ich überhaupt bekomme. Da kann ich dir ja sagen, ich habe nämlich genau drei Muscheln gesammelt. Ich kriege 42. Das ist unterschiedlich, Dex. Ja, also so in dem Dreh, 42, das heißt, beim anderen vielleicht 30 oder so, dann weiß man ungefähr, was man bekommen hat. Rund 100, also. Wenn überhaupt so viel. Oh, ist es nicht egal. Ist ja, ich gebe noch genug Muscheln jetzt hier. Hier 36, ich habe es gerade sogar gesagt. Und hier nochmal 36. Okay, cool. 22. 22, 15. Ich bin halt oben an der Küste. Ja. Guck mal, ob ich das, was ich jetzt gerade verbauen will, noch fertig kriege. Oh, das ist ja so ein Muscheln, ja. Ich nehme mal ganz kurz ein paar Muscheln sammeln. Gibt es ja böse Tiere, die mich fressen wollen? Nö. Ich glaube, es ist ja eine Mitruhrung von Dex mitlaufen. Ich bin schneller da. Stimmt, ich komme, wollte ich eigentlich jetzt dafür mitkommen, aber naja. Jetzt musst du so oder so, jetzt bin ich schon wieder zu erdecken. Ich habe auch ein Schweineglück, dass hier gerade keine anderen bösen Tiere sind. Ich habe nämlich nichts zu kämpfen. Zwei, oh, hier ist, hier ist ein Juju. Ein voll roter. Level 8. Du hast nicht gekillt. Bring ihn um. Fuck. Keine Ahnung, mit dem Migräterium ist er leider tot. Schöne Scheiße. Bitte sag mir, dass du noch so eins hast. Er hat von neuer Babys gemacht. Ja, zumindest in der Wache irgendwie was. Ach, Dex. Ich habe den 117er Kronenfeld bekommen. Ja, war ein wenig schwerer Fan. Ich habe, wenn du gerade was gesagt hast, ich habe gerade nicht zugehört, weil er ziemlich viel gerade Action hier beim S. Aber ich habe gerade alle gekillt. Und da kommt auch so ein Wolf, der will auch noch eins auf die Fresse. Und noch ein Wolf, der will auch noch eins auf die Fresse. Ich habe gerade, und ich habe 116er Kronosaurus gezähmt. Ah, cool, hast du es geschafft. Ich habe ihn wiedergefunden. Ja, habe ihn wiedergefunden. Ach, dieses Ding ist so hässlich. Ich will es hier einsetzen. So. Hallo. Dann brauche ich Rampen. Echt jetzt? Riesig. Was esse ich jetzt? Ja. Ich bin die Fall drin. 22, 15 hast du gesagt? Ja. Weiter kurz vor der kleinen Eisdungeon. Ja. Am besten oben lang, ne? Wo bist denn du schon? Hallo Mammut. Haltes Level bist du? 44. Ich bin auf Seite, Mann. Also, man kann jetzt nicht sagen in den Kommentaren, ihr wolltet ja Juni Tyrannus, ihr habt nicht einen Juni Tyrannus gesehen. Doch, ihr habt ihn gesehen. Zwei Sekunden. Ich habe auch einen gesehen. Er war zwar so zwei Sekunden am Leben, aber wir haben einen gesehen. Also, wir haben schon zwei Juni gesehen insgesamt. Du hast ja einen. Der war 32. Ich habe auch noch einen gesehen, ist 44er. Ja. Oh, was bist du denn? Oh Gott, was ist das? Das ist ja ziemlich schnell und ziemlich böse und das regt hinter mir her. Was ist das denn? Keine Ahnung, irgendwas, was, was pelziges. Ist das hinter mir her noch? Walrus. Ich muss mal gucken, was ist. Walrus ist nicht pelzig. Das Wasser ist gerade wegen Pelle. Au. Das ist ein... Ein Anteosaurus, das ist das Ding, was du meinst. 68. Das ist was, was Kimi gerade macht. 68er ist das. Au. Die Tür kriegt man ins Gesicht. Hier unten ist das Dungeon. Weibchen oder Männchen? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe gerade nicht auf den Rollen geguckt. Schon bei der kleinen Dungeon-Decks oder bei der großen? Ich bin hier einmal da, wo Hütten ist und da, wo du die Seitenbank nehmen musst, bei der Klippe nach draußen. Ach gut, ich bin noch nicht beim Dungeon. Ne, ich bin noch gar nicht beim Dungeon gewesen. Ich war gerade woanders noch. Ähm, kurz vor. Da, wo der, 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 der Grey Fox einmal angefangen hat, äh, was zu bauen auf dieser geraden Fläche. Jetzt bin ich beim Dungeon. Jetzt bin ich beim Dungeon angekommen. Dungeon-Eingang. Nee, beim Dungeon bin ich jetzt. Da, ist jemand da unten? Oh, oh. Bin angegriffen. Du erkennst es, glaube ich, wenn du mich siehst. Ja, wenn er beim Dungeon schon ist, ist er schon unzuweil. Hier ist ein, da, do, 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 do. Nee, warte mal. Schweinchen? Wieso bin ich an euch vorbei? Hat jemand einen Flug, Flugadler? Ja. Ich bin jetzt bei 22,50, genau. Dann bin ich bei euch irgendwo. Hier ist genau beim Dungeon, krass. Mit ganzen Bambus und Bodirinos. Ist ja genau beim Dungeon, kann ich sein. Ich bin gar nicht beim Dungeon. Ja, glaube ich nicht. Ich bin exakt im Dungeon. Ich bin genau vor den Höhlen-Eingang. Dex, bist du auf der Klippe oder bist du unter der Klippe? Ich bin da oben drauf. Oben drauf, okay. Ich bin jetzt gerade genau vor den Eingang. Ich könnte jetzt reinfliegen im Dungeon. Bin ich hier eine zu, an die Tasche. Oh nein. Also ich bin jetzt hier. Höhchen? Wasser, mein Leben. Was ist los? Was? Ich bin gerade unterwegs. Bin gerade rausgeflogen aus Arkt. Und unter mir schräg genau ist der Alpha-Phersonosurus. Dein Tier lebt noch. Es ist ein Flugtier. Das heißt, du bist gleich tot, aber das Tier bleibt am liebsten. Warum bin ich denn schon wieder raus? Was ist denn das hier? Das kotzt an. Nein. Da ist Dexen. Wo bist du denn? Warum haust du eigentlich ab, Storn, ohne den Bitterraum hier zu lassen? Ich habe den Bitterraum nicht befreit. Das hat Dex. Hallo, ich bin da. Ich habe den dabei. Da ist. Ah, es ist halt noch draußen. Da ist es. Oh, der Henkel. Was macht der Riesenfisch hier? Hallo, Dex. Hast du ihm gezähmt? Ja. Mir war langweilig. Geh mal rein. Cool, was ist denn das? Das ist so ein Seltings. Dir fehlt der Tülakoleo noch, ne? Achso, ja. Wo ist das Tier? Oh, du kannst da rein gehen. Ah, hier. Um die Tür zu machen. 116, nicht schlecht. So, ich stehe mich mal daneben. Fress. Boah, der sieht cool aus dem Gesicht. Tief so. Mega heftig sieht er aus. Und voll die grünen Augen. Die sind auch sau stark. Und ich freue mich jetzt richtig, dass ich so einen starken, dass ich so einen einfachen so einen hohen Level habe. Siehst du, hast du deinen abgegeben, um einen besseren zu bekommen. Ja. Hallo, Akuma. Hat es geklappt? Keine Ahnung. Ich bin jetzt erst am einloggen. Die Werte sind ziemlich gut. Hallo, Kimo. Also das Leben, ne? Also gezähmt? Oh, das ist gezähmt. Langweilig. Langweilig, weil ich eigentlich schreiben würde, das ging nicht so viel. So, jetzt ist ein Shotgunschuss und das ist immer so versaut. Fände ich auch gut. Versaut, aber tot ist er nicht. Nein. Ist ja blöd. Denkst nicht mal dran. Wir machen doch nur das gleiche wie du. Wir stehen da ganz farbenlos mit der Shotgun-Waffe. Ich? Was für ein Problem bist du denn unterwegs? Archie. Das ist sehr praktisch. Lass mal sehen, lass mal sehen, lass mal sehen. Kann das sein, dass sein Samo nicht hochgeht? Er hat das zweite Mal schon gegessen? Du, der kriegt pro Hammel 1,6%. Ei, Junge. Ich will nicht wissen, was er mit anderen Fleisch kriegen würde, wenn ich ehrlich bin. In der Nähe von euch. Was ist denn da? Als Kippe? Äh, warte. Superior. Ich gehört, in der Nähe von euch ist ein Sabotus. Also aufpassen. Die Euklein-Ufen halten. Ihr Dex hat ja eine Shotgun. Damit kann ich gute Tiere abschießen. Ich bin eigentlich schon gestorben? Nein. Noch nicht. Ich würde jetzt nicht da flachsen, dass ich da vorgelegt habe. Hast du denn gerade geschossen oder geschlagen? Äh, geworfen meine ich. Oder geschlagen. Geworfen. Ich fliege hier herum. Dumm. Ich verscheide keine Chance durch die Flügel. Heben. Aufheben. Du fällst erst, wenn du eingelockest. Ah ja. Und lad doch mal schnell auf. Ne, langsam, aber dann habe ich die Chance, sich vielleicht nicht zu retten. Dex, guck mal. Guck jetzt mal den Fisch rein. Das bringt ja nichts. Ich fahre ja trotzdem. Ja, du hast doch Flügel. Ja, deswegen. Das Fisch-Weib sitzt auf dem. Harte, die Treppe ist auch automatisch alles dabei? Nein. Äh, ne, die Treppe habe ich jetzt zu gebaut. Das Ding kommt ohne Tür und ohne... Bett. Und Treppe. Ja, und alles, was da drin ist, habe ich da reingesetzt. Und alles, die Treppe habe ich auch dazu gesetzt. Du hast lange Zeit. Das ist nur der Fisch. Ganz klar. Ja, mir war langweilig. Es ist die Schütte. Und ich bin dem Vieh entkommen. Die haben wir am Fliehen. Oh, Junge, das dauert ja noch Ewigkeiten, ne? Der beißt auf irgendwas rum. Ja, der beißt ja auch irgendwas rum. Du hast das, glaube ich, verstanden, dass Eisen gesund ist. Der kaut, glaube ich, gerade auf irgendeiner Brechstange rum oder sowas. Ich habe das Podium. Ich höre das nicht. Nee, das ist nicht vom Sound her, aber das dauert so Ewigkeiten. 67, ey. Seit... Wo warst du da bei... Es geht ja schon schneller, seit du hier bist. An der Küste entlang fliegen, äh, Richtung der Dungeon. Ach, den da hinten. Davor. Den kleinen am Rand, in der Clip. Ich bin jetzt da, wo ich meine Base hatte, meine Winter Base. Wo warst du denn gleich lang, wenn wir fertig sind? Bitte? Wollen wir dann lang, weil wir fertig sind? Also wenn der jetzt fertig ist, wo wollen wir denn gleich lang? Irgendwo lang, wo Juju-Juju-Tyrannosen gibt. Würde ich sagen, guck mal da hinten, da... Ist so ein halbwegs Weg, da wir als Landesintergrund. Hier, nimm die mal. Dex, hast du schon gesehen, hier sind neue von, äh, Mod-Tiere von den neunen. So. Du kannst den Level index, den Ventura. Mach du, ist mir wurscht. Auf was? Ist egal, auf irgendwas. Hab Beauty gefunden. Level? Ach, ne, 96, weiblich. Oh, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, Kreuz auf dem Monitor machen, bitte. Mhm. Das ist nicht weit von euch entfernt. Ach, ne, 96, ja, der Schneelawine. Nimm ich jetzt bei euch. Hallo, Kümchen. Hallo. Guck mal. So, ich kill jetzt den Sarko, ich verschieße ihn. Du hast den Dex gelassen. Äh, da hoch. Berghoch. Ich bin wirklich berghoch. Dex geht gerade mit dem, äh, Tüle-Kollirien, wirklich den ganz, ganz steil den Eisberg hoch. Ah, da hoch. Dex geht steil. Ja, ja. Gleich, und vor allem springt er gleich steil in das Mund von dem Giga. Oh, was ist das? Ich bin das. Bist du das? Alter, Mann, ey. Na, anreizend. Der hat die schon längst angegriffen. Und wer dann abgehauen hat. Oh, wie viel Eisenmaniere mitnehmen kann. Ich hab grad Wolfe gehört. Keiner von euch hierbleiben. Ich krieg jetzt gleich eine Sanke Panik. Die Wolfe hört man eigentlich immer öfters. So, weiter, 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 auf den Berg. Der Berg ruft. Was? Hier ist Obsidian, das brauch ich. Auf deinem Weg kommen zwei Kalikateriums, nein, drei Kalikateriums. War nicht hinter mir her, oder? Nein, auf deinem Weg weiter nach oben. So, wir sind Friends. Ich erinnere mich grad an die Giga-Zählung, die ihr da oben auf dem Berg gemacht habt. Die beiden GIGAs. Da ist noch ein Juti. 28 Männchen. 80 Prozent. Also es geht von der Geschwindigkeit her. Oh, schön. Ein bisschen was Kristall gesammelt ist auch immer gut. Obsidian brauche ich. Und Kastall. Das braucht man immer. Eisen kann man ja wenigstens noch irgendwas in der Nähe hier von mir holen. Was ist das denn, die... Oh, komm. Shut the fuck up. Geh mich auf den Nerv, du. Fress euch alle weg. Hey, Juti ist baden gegangen. Das Weibchen. Das Weibchen. Das Weibchen hat sie da. Hm. Blut, blut. Lange sind ich hier drin. Ich weiß nicht, da waren noch Wölfe. Okay. Du? Blink, blink. Warte mal, Juti. Wieso geht das? Nein, ich muss gar nicht wissen, warum. Die haben mich als erstes angegriffen. Jeder hat es gesehen im Video. Wieso? Wieso geht? Hat keiner gesehen. Ich würde es jetzt viel loswerfen, wenn man es drinnen nicht setzen kann. Oh, 96er, Eule, wir müssen hier was zählen. Es stehen auch so Sachen. Aber kannst du dich mal wieder an das Tier stellen, sonst bringt das nicht viel. Die Range ist doch relativ hoch, finde ich. Eigentlich nicht. Zumindest bei dem Juti. Am Schwanz habe ich gestanden. Am Schweib. Und beim Bauch hat es nur gezählt. Okay. Ich bin der König der Welt. Ich bin bei 88% jetzt gerade. Ich bin oben auf dem Berg. auf der höchsten Spitze. Das ist gut. Und bin froh. Warum bist du so fröhlich? So fröhlich. Du hast gesprochen, fröhlich. Hier ist eine Pelle. Da ist eine Babypelle. Nein, eine Adoleskine. Äh, das war doch... Was sagst du dazu, Coleo? Ich hau hier so einen blöden Stein ab und, äh, einen Obsidienstein ab. Und was kriege ich? Stein. Puh. Raktü. 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 Toller Film. Raktatü. Ja. Ja, hat er auch. Den Kopf von dem... Wieso? Sarko? Kapo? Pass auf. Kopf. Kopf habe ich mir nicht angeguckt, aber das Bild ist von einem... Äh, linksbums. Sag mal, hat man nicht damals beim Abbauen von Kristall auch ein paar Pilze manchmal bekommen? Ja. Kriegt man die immer noch? Ja. Okay. Nur Dechsen nicht. Nur Dechsen nicht, genau. Ich habe aber auch schon ein paar Kristall abgebaut und keinen Pilz rausbekommen. Die ist hier schade. So, ich komme wieder zurück. Ach, 79. Oh man, nee. Hier ist noch so ein Antiosaurus. Schnallrot, Level 40. Ein bisschen Fallschirm kriegt er ja doch noch. Der Arme. Nicht so wie die Revenger, ne? Ja, der hat sich auch ziemlich wehgetan beim Runterfallen. Ja gut, du bist auch von einem Bär gesprungen. Nein. Ampis. Alpha Kano. Ampis. Ach stimmt, Alpha Kano übrigens. Baby Pelle. Und zwei Adolescent Pellen. 20, 8 und... Das geht mal vorbei. Und acht. Das waren wohl Drillinge. Nee, Zwillinge. Ich finde sie immer so geil. Die Pinguine. Mäh. Oh, was bist du denn? Huch. Was bist du? Krass. Was ist es denn? Keine Ahnung. Hat mich genau gebissen. Und sah aus wie, ganz ehrlich, sah aus wie ein bisschen, weil er so weiß war. wie ein, äh, an Indominus Rex. Tapo? Keine Ahnung, ich gucke mal. Ist ein... ein Raiasaurus, okay. Achso. Sah cool aus. Ich mach 100 Zettel in Schaden. Das sind übrigens die, 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 äh... Die ich jetzt mal erzählen will. Und Steine. Ich wusste gar nicht, dass der Raiasaurus seine Kollegen, äh, Kano es nicht so gerne mag. Nee, die können... Die sind genauso blöd und greifen alles an. So, ich bin schon wieder jetzt ein Stückchen... Soll ich bei dir... Soll ich auf uns allen Falle auf dich warten? Decks? Ah, ich seh dich. Bin schon da. Ist er fertig? Er ist fertig gerade geworden. Und ich bin schon aufgesattelt und losgeritten. Wo bist'n du? Äh. Ach, da hinten. Ist der Steingarten nachgespawnt? Der war doch gerade eben nicht hier. Ich glaub ja. Okay. Ich glaub, der war eben nicht da irgendwo. Komm mal her, komm mal her. Wir machen mal ganz kurz ab Moderation. Äh, ich weiß aber nicht, ob ich da hochkomme. Nö, aber ich komm zu dir. Da, wo du bist. So. Guck mal da. Sieht schön aus, deiner. Wo bist'n du jetzt hin? Ach, ein Raiasaurus. Ja, wie hoch, Mensch. Da brauchst du. Ein Juti. Da brauchst du stehen. Guck mal so nach links, so. Level 8. Ein Foto. Was? Das sieht ja heftig brutal aus, das Ding, ey. Sag mal, ist das auch neu dazugekommen? Oder sind das einfach nur Tiere, die wir haben den gefunden haben? Das ist schon ein bisschen länger, ja. Aber die waren ein bisschen seltener. Ja. Krass. Gut, Leute. Damit waren das die letzten zwei Folgen Jutyrannosaurus. Und in der nächsten Folge machen wir dann Jutyrannosaurus. Ja. Bis dann. Und tschüss. Wenn euch ja auch noch was macht, das war ein Rautiguar ohne Saarhaus. Juhu. 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 Tschüss.